Hallo Mama, du hast dich ja wahrscheinlich schon immer gefragt, was ich da eigentlich mache bei meiner Arbeit. Als ich sagte, ich organisiere eine Konferenz und bin jetzt eine Kuratorin, da meinte ich eigentlich, ich organisiere eine Konferenz und arbeite mit Leuten, die es eigentlich nicht mehr gewöhnt sind, mit Menschen so richtig von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, sondern ich kenne sie eigentlich nur durchs Telefon und durch den Computer. Ich habe ein halbes Jahr damit verbracht, Sachen einzusammeln, von denen wie zum Beispiel Fotos und Lebensläufe und was sie eigentlich genau machen und oft wussten sie es auch selber nicht so. Man fühlte sich tatsächlich selber wie eine Mama, weil man musste sie oft anrufen und fragen, was sie denn jetzt gerade machen, ob sie vergessen haben, was sie einem versprochen haben vor einem halben Jahr und irgendwann wurde dann alles gut.